So, ich will wissen, was das mit dem Erfolg auf sich hat. Wie ihr seht, ich hab keine Battle Packs. Und bei Erfolgen, sieht man das überhaupt? Ja, sieht man. Hab ich jetzt das Alpha Pack Herausforderungsding geholt. Weiß ich nicht, ist halt die Frage, ob man vielleicht zwei Alpha Packs kriegt oder eins. Auf jeden Fall, bei 20 kriegt man ein episches und bei 40 Headshots kriegt man ein legendäres. Und das hol ich mir jetzt. So, erworben. Mal gucken, ob ich das habe. Jetzt müsst ihr gucken, jetzt müsst ihr jetzt zwei Reinti-Huge haben. Ich hab zwei. Darf ich doch. Und was ist drin? Die Frage ist auch, kriegt man immer das gleiche oder ist das unterschiedlich? Denke, random. Wenn ihr was anderes habt, sagt Bescheid. Das ist das legendäre. Und? Kopfbedeckung für Weite. Okay. Okay, einen, den ich spiele, super. Genau, den ich nicht spiele. Nächstes öffnen. Das war das legendäre, da hätte ich gern was besseres gehabt. Jetzt das epische. Fünfe Knarren. Eine Shotgun-Verzierung für die US-Operator, so American-Style. Okay. Hätte ich auch gern was besseres gehabt. Die Frage, habt ihr das gleiche gehabt? Oder? Das kann ich erst später sagen. Coolere Sachen. Das habe ich rausgekriegt. Tschö, mit Ö. 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 Vielen Dank.